Noch eine Waffe. Noch eine Waffe, Kirste. Nämlich Starnak Munition oder so irgendwas. Starnak SD Munition war ja auch. Normales Starnak reicht eigentlich. Das heißt, wollen wir zwei Hanvis besitzen? Und hinfahren? Das habt ihr vor. Gibt es irgendwie einen Tau-Launcher, das wir mitnehmen? Ich könnte auch hier mit so einem Hubschrauber fliegen und mal scouten. Auch nett. Hubschrauber? So, das... Entschuldigung, hier mal den Hambi. Alter, jetzt ist sie eingeschlagen da hinten. So, wo soll ich denn hinfahren? So, wo soll ich denn hinfahren? Oder wollen wir mal, ich hole die anderen Trucks auch noch. Da ist ja irgendwo noch Munition, die ich gerade jetzt alle wecken lassen. Hier. Ich bin noch da. Ich... ich komm gleich. Gehen die untere Hälfte vom Ding. Hast du gesehen, die untere Hälfte? Die untere Hälfte? Ja, von der Fire Station, da ist nur eine Waffenkiste drin. Na da. Und du kannst mal die Tische einladen, die hier stehen. Ja, da ist aber nichts mehr drin, in der Waffenkiste. Blatt, wer oder das? Nur AK-Mission, aber ich hab nicht mal eine AK-Mission. Sind die Essenstische noch da, oder sind die aufhüllt? Mach mal Lichtern. Ich mach ganz bestimmt kein Lichtern. Trotz ob das jemand zitiert, dann muss alles zu. Es leuchtet durch die Wand, durch bis im Wald. Mach mal kurz und lass mal sehen von außen. Nein. Ich weiß es doch. Können wir einsteigen oder nicht? Wollen wir nicht ein Stück weiter wegfahren? Nette Kolonne, Max. Yes! Alles dabei! Zwei Repair Trucks, die gehören sich hier runter. Darum würden die Pair-Mission nicht mehr sterben. Hallo, Amy. Jetzt haben wir doppelte Launch-Power. Bleib mal kurz stehen. Ich muss mal kurz diese Mein-Mission holen. Und die schwarze. Hast du mal geguckt, wieviel Schuss der hier hat? In meiner? Nee, hab ich nicht geguckt. Ich fahre mal zu Max eine Repair. Kann man echt nicht weiter wegfahren, Max? Ja, wir können das hinfahren wollen. Na, ich würde sicher hier halt um die Wald hinterm Airfield fahren. Ja. Hat jemand ein Repair-Kit? Hier, du kannst hier dran fahren. An den Truck, der kann nicht fahren. Bist du heil an? Ein der beiden Repair-Käste. Ja. Ja. Da bringt mich heile. Ist auch ein Ammo-Truck dabei. Hier. Hier. Die Pair-Ring. Jetzt geht er. Oh, das ist ja hübsch wie das Langsache von Gelb auf Rot springt. Schön. Und hinten kannst du dich noch voll machen. Nee, ist ja eigentlich nur da. Weck mal kurz auf Garner. Ja. Tja. Und jetzt? Ja. Groß Flugzeug. Das Fliegen. Genau, bestaut ist. Und dann fahren wir mit unserer Kolonne. Jetzt ist der Heliweg. Nice. Dann fahren wir mit unserer scheiß Kolonne dahin, wo die ihre Basis... Flop, Flop. Eli, Flop, Flop. Wo ist das Flop? Das steht vor der Fire Station. Der ist auch schon wieder weg, oder? Ich weiß nicht, wenn du fahren wirst. Nee, der ist noch irgendwo in der Nähe. Ja, da hinten. Die Banane, aber der fliegt weg. Ja, der war ein schöne Baton-Helikopter. Ding ausprobiert? Fahre mich mal zu dem Flugzeug, dann scoute ich. Dann kannst du die Waffen auch hier lassen, das überlebst du mit Mini. Das überlebe ich. Ich bin letztes Mal auch eine halbe Stunde rumgeflogen und bin dann nur gestorben, weil ich selbst mal vergangen habe. Kamikaze auf die Base gemacht. Ja, und ich bin re-armed. Ist re-armed? Schade. 48, 2. Still, wir haben 48, 3. Mehr ist die. Ist das irgendwie repariert oder so? Ach, das ist alles gut. Ja, 48, 2. Ne, 48, 3. 3 von diesen Granatenschapern? Ja. Wie wir die kaputtbomben können. Können wir auch einen Kilometer weit weg stehen. Deswegen wäre nett eine Base zu finden und dann bum 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 bum. Vor allem, weil wir halt refailen können, dann stellen wir uns auf, keine Ahnung. Ja, wir können wirklich auf Distanz gehen. Und dann machen wir Artillery. Ich würde gerne mit den ganzen Scheisse bis hinter Petrovka fahren. Ja. Habt ihr Lust zu? Bis wir wissen, wo die sind und dann fahren wir dahin. Also ganze Scheisse bis hinter Petrovka. Da war ein Stein auf der Straße. Ich bin tot. Dann treffen wir uns in Petrovka. Nils? Spawn mal Mitte, um vor oder oben vor. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Dann speck mal kurz wo die Base ist. Alles für die... die Emi nach. Ja, das geht. Ich bin jetzt Blue vorgespawnt einmal. Mal gucken. Du darfst nicht zu lange da bleiben. Nicht über 5 Minuten. Okay. Da frage ich ganz dumm Base. Frage Zeichen. Wo wollen wir denn jetzt ziehen? Okay. Das sind ganz viele Leute, da muss so eine Base sein. Das ist nix markiert auf der Werbung. Keine Hand wartet. Noch nicht. Doch, aber wer jetzt? Das glaube ich immer nicht. Komorowo. An diesem... Also ganz unten im Süden. Da wo diese Fabrik ist und was auch immer das sein soll. Kennt ihr die Fabrik? Kennt ihr alle. Vor dem unteren Airfield. Die größere Fabrik werden mal spawnt. Achso. Das steht aber Base. Kann sein. Kann sein. Jetzt gehen wir nochmal rüber bitte. Red, freu dich dass du gleich noch bist. Mach ich schon. Mach ich schon. Mach ich schon. Mach ich schon mal rüber. Cool. Ich bin auf der Insel jetzt mal. Toll. Die haben nichts auf den Oberflächen. Jetzt müssen wir mit dem Chat Jetzt ist mir aber auch klar wie wir das gemacht haben Wo wir das erste Mal eine Base gebaut haben Wo ich darf sagen, die haben uns gejuckt Dann haben die da nämlich juckt Dann haben die nämlich wirklich eine Bombe gezündet Die haben uns mit den Scheiß wieder geschossen Jaja Aber die Explosuren waren größer Aber das muss 100% Vielleicht so einer mit geschlossenen Form oder so Die Raketen sind nicht gefallen Die Raketen sind nicht gefallen Ja Wenn das mit Mord da wirklich geht Dann wär das ja nicht möglich Dann wär das das Epischste aus der ganzen bekannten Welt Ja Ja du kannst es hier auch gerade schauen Bei mir bist du noch drin Stimmt ich bin noch drin Bist du noch ein Problem Bist du noch ein Problem Also Hört mich stehen Max, dann kann ich kurz verpär Ja Wenn ich im Gruppenkanal was schreibe, dann seht ihr das, oder? Wie? Oder das ist jetzt für alle Widerständler oder nur für unsere Gruppe Gruppes Gruppen Zeit Channel wäre für alle Independent Okay, so Ich markier mal die Base Das ist krass Okay, genau am anderen Ende der Map Das ist krass Dann sollten wir mit der ganzen Scheiße jetzt ganz links an den Rand fahren und komplett runter ziehen, oder? Na gut, aber dann brauch ich noch ein Gunner Ich komme nach Niel Es geht mal irgendwo in die Stadt Irgendwo in der Stadt Gut und es wohnt jetzt durch Haben wir jetzt kurz vor eine Tankstelle dass man es mal voll machen kann Dann konntest du Repair, müsstest du es nicht auf Refill? Nein Refill ist ein extra Fahrzeug Tankstelle würde erst ziemlich spät kommen Nicht dass wir uns trocken fahren, also ich bin noch fast voll Ich will ran voll Halb 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 ist ein Drittel Okay, aber Ich hab glaube ich da ein Fuel Can Ja, ich hab eine von Fuel Can Ja, ich hab auch eine Dann ist es egal Bitte, dann darf ich vorfahren? Ja Warte, gerne Ich glaube ich komme Ich komme Passagier, Passagier Ja Wo ist es denn? Zack Jo Ich bleib mal lieber bei Max in der Nähe Naja, weil es halt langsamer Ich fahre immer ohne Boost und dürfte ich im Vergleich fahren Ohne Boost fahre ich 40 Ja, ich fahre 30 Zwischen 30 und 40 Ich fahre hier ohne Boost nicht mehr Boost Ich fahre hier ohne Boost nicht mehr Boost Ja, viel besser in das hier ist eine geschlossene Kapsel wäre ein Ja Ein Sniper und tot Nicht mal Sniper Naja, die scheiben aber auch Es sind immer so andere Ja Vor Buster Irgendwie Die sind immer am Anfang des Halfens da Ja Wenn der Server neu startet Die schwarzen hier noch Ja Ja Da haben wir gestern auch eingeklaut Und Richtig mies Da haben die NPCs immer was drucken Ja Wie ein NPC-Fachzeug Vor allem ist da mit einer durch die Gegend gefahren Oder sitzt er irgendwann angehalten Da haben wir mit einem Basebomber mit Blue 4 Und Sitzen da alle mit 10 Mann Und so platzt sich, steigt aus dem einen Wieder ein NPC aus der Tür hinein Wir haben sie weggefahren Warum? Wieso geht das? Aus bestiegen jemand umgerattet Wir haben den 3-4 Kilo wieder durch die Gegend gefahren Das war sehr skurril Arme und die Gegend waren schon